Die nächste Aufgabe lautet, füge Gegnern Schaden mit der Zielerfassungspistole zu. Also die Waffe ist heute um 15 Uhr ins Spiel gekommen. Ihr könnt die Waffe als Flurloot finden oder auch in Kisten. Zitt auf den Gegnern, sobald die Anzeige voll ist, könnt ihr da abfeuern. Insgesamt müsst ihr 200 Schaden verursachen und schon habt ihr die Aufgabe erledigt.